Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Mini-Golf-Spiel! Alter, die Maus-Sense ist ein bisschen krass. Ach ja, genau. Du schießt Tap and Hold. Das heißt, du hältst die linke Maus, hast sie gedrückt, dann gibst du mehr Power und dann beim Loslassen geht's los. Ja, ich muss aber erstmal Dingens einstellen. Controls, Maus. Das ist zu krass. Junge, Junge, Junge! Das ist ja nochmal neues, wie man neu schießt. Das ist ja voll krass. Was ist denn los, Peter? Die Maus-Sense. So, jetzt geht's klar. Ja, Maus-Sense, Maus-Schmenz. So, linke Maus, dass du gedrückt hast und bis wo geht's maximal? Oh, Adalo ist so gut, ey. Ich wär auch gern so gut wie da. Der Balken geht auch wieder zurück, wenn du zu lange hältst. Was ist das denn? Ja, easy game, ey. Bog, ey. Was ist denn da, was ist denn da, was ist da hier? Lava oder was ist das hier? Nee, da kann man nicht ganz wenig schlagen, also ganz kurz. Das geht doch gar nicht, oder? Das ist ein Jumppad. Ein Jumppad? Wie? Ja, nur kurz. Oh, lol! Der fliegt ja noch voll weit. Ich hab nur extra kurz noch gemacht. Oh, jetzt, Peter, jump gleich. Aber er kann's versuchen, mit dem... Ja, what the fuck, ey, wie viel Power ist denn da direkt hinter? Juge, juge, juge. Da ist aber Power bei. Jetzt hab ich nur noch viel, der hat ganz leicht geschlagen. Ich hab schon mal jedes Spiel besser, muss ich sagen. Nein, was ist das denn? Das ist ja viel zu wenig. Ich hab ja gar kein Gefühl für, ey. Wir müssen aber auch sagen, wir haben auf Kurs 10 von 17 angefangen. Ja, das sind schon nicht mehr die leichten Strecken. Boah, ich bin drin. Boah, krass. Alter, Color! Äh, F, W. Krass. Ah, da ist der Peter. Peter hat doch jetzt leicht geschlagen. Das war ja nicht viel. Ja, man muss da erstmal reinkommen. Ach, leck mich doch. Genau das Problem hatte ich auch. Unser YouTube-Passwort eingeblendet. War jetzt aber blöd. Das ist, äh, das ist der Color-Code, Jake. Jede Farbe hat ein Code. Das ist unser Twitch-Passwort. Plus 7. Tatsächlich Hashtag und, ich glaube, 5 oder... Der RGB-Code ist das. Nein, ich möchte nicht das Spiel liefen. Warum hab ich denn Plus 1? Weil du einen Bogey hattest. Das ist... Ja, du hast es sogar gesagt. Ich dachte, 4 plus 1 wäre... Bogey-Junge hast du gesagt. Junge mit krasse Abkürzung. Ja, ich würde... Also, das sieht nicht so aus. Aber ich glaube, die ist schwierig. Du musst rechts über die Bande die Abkürzung nehmen. Oh, da, Lu. Das war viel zu viel. Ist noch nicht ganz so schlecht. Peter, fliegt doch wenigstens noch. Hui! Oh, no! Hui! Huuu! 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 Alter, das war knapp. Das war jetzt echt assi. Hey, geht da komplett durch. Das ist so ein kur невig, ey. Huuu! Ich fand Snowlen Run rauskauen, ey. Ach, Jay, das ist ein neues Kull. Ja, 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 ja. Minus zwei? Watt ist das denn so ein komisches Erfahrung. Was ist denn das für ein komisches Fahrt? Nein, das war Glück. Mit dem Speed war das Glück. Ja, das war echt krass. Ehe, dreht sich da. Ich glaube, du fällst immer rein. Überraschenderweise für uns alle. Er hat das Spiel schon 15 mal durchgespielt. Ich habe alle Golfspiele im Steam auf der Wishlist. Hast du eigentlich auch schon mal Golfkurs 2 gespielt? Weil das haben wir letztens gespielt. Das ist voll das professionelle Golfspiel. Oh nein. Heißt das nicht Golf Club 2? Ja oder Golf Club 2. Das kann eigentlich. Hab ich auch schon. Wir haben alle Golfspiele auf meiner Wishlist. Und was ist dein lieblings Golfspiel? Ja das ist so Golf in den Golf, it's your friends. Ist schon Standard mehr so. Manchmal spiele ich aber auch gerne Tower Unite. Ficken! Was ist denn Tower Unite? Das kenn ich nicht. Tower Unite ist eigentlich ein Spiel mit mehreren Minispielen. Und da gibt es auch Minigolf. Und die haben sehr geile Minigolfbahnen finde ich. Boah geil ich glaube wir müssen vielleicht ein neues Spiel spielen. Tower United. Junge. Also ich möchte aber sagen Peter ist echt ein Lappen. Ich mach viel mehr Schläge als Peter. Ich bin dreimal nicht über den Sprung gekommen. Oh Peter das ist mir auch passiert. Ja okay aber hier kann ich mich leben. Triple Boggy wie Jay sagen würde. Oh Dalo liegt gut. Das heißt Boogie. Dalo hat auch die Clowns bisher heute wieder auf. Oh gay. Bock ey. Jay hat nen Bock ey. Okay. Achso. Hole 3 vor 9. Was ist das für eine Minigolf-Map? Du kannst direkt wenn 9 waren durch sind einfach die nächsten 9 spielen. Übrigens grad voll Bock auf Datteln im Speckmantel. Immer noch. Das dauert das du doch vorgestern erst. Ja ist mir egal. Du kannst ja nie genug Abforderungen haben. Oh na was? Das war glaube ich nicht optimal. Oh shit. Okay. Nein. Wir fallen auf. Ja Fickenspiele. Ach komm das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Hui. Boah war das knapp. Nein. 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 Fickenspiel. Nein. Was ist das denn? Ach komm schon. Pass auf. Pass auf. Jetzt kommt Trick 17. Ich warte auf Trick 17. Oh shit. Die Stärke hier einzustellen ist ja mal der Shit ey. Wie würdest du das machen? Trick 17 hat nicht so ganz funktioniert. Ja muss halt. Aber das ist ja immer so. Du hast ja immer wieder das Gefühl. Und da ist das Loch. Ich dachte da dürfte ich nicht reinschießen. Das war eine optische Täuschung. Ja echt mal da nicht reinschießen Jay. Ach guck mal Leute. Das war gut. Quadra Double Bogey. Ja guck mal gleichzeitig. Quadra Double Bogey. Ja guck mal gleichzeitig. Quadra Double Bogey. Wie steht das denn hier gerade? Das wird gar nicht äh gelistet. J ist erster. J ist erster. Dann Dalu. Dann ich. Und irgendwann kommt Peler. Er muss ein bisschen sortieren Peler. Er muss den Kopf sortieren. Warte. 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 Also wir spielen halt übrigens zu viert. Vor allen Dingen weil er nur zu viert geht. Maximaler Mehrspieler-Modus zu viert. Komm jetzt mal ballern. Ja Bram haben wir hinten aussortiert. Oh. Watt. Ja ich habe auch versucht die Rampe so zu nehmen. Aber da ist so eine blöde Ecke. Was ist das denn für eine Physik hier? Das ist wirklich? Oh Sepp steht aber gut. Okay. Ja. Das. Die Rampe hat ne Kante. Nein. Ja aber was für ne Kante man. Oh da ist noch ein Pfeil. Oh nein. Tschüss. Oh der Pfeil ist ja geil. Das ist ein Scheißspiel gerade. Peter kommt auch nochmal drauf oder? Ne können wir nicht. Das ist tatsächlich so wenn du die Stärke deines Schlages sehen willst und vor dir so ein Weg nach oben ist dann verschwindet der Pfeil in dem Weg nach oben. Du musst es anhand des Sounds fühlen. Und den Sounds hab ich relativ leise. Ja du musst den Schlagsound lauter machen. Gut dass ich Dualshock in meiner Maus hab ey. Du lässt diese unfassbar gute Musik nicht Peter. Ja ich höre die Schatten leicht im Hintergrund aber nicht so laut. Das war nicht gut. Da hat sich nicht viel geändert. Ich führe weiterhin mit 23 Punkten. Stark. Wenn du einmal von der Bahn fliegst bist du plus zwei. Wie ist das eigentlich? Wir spielen doch eigentlich in der Schwerelosigkeit. Wieso ist das dann hier alles so? Nein das ist ein Hollywoodstudio. Auf dem Mond das hat ja noch nie jemand herausgefunden. Gibt's Schwerelosigkeit. Na gerade waren wir aber im Weltall. Und hier auf dem Mond okay da gibt's Schwerkraft. Ja das stimmt. Da gibt's richtig viel Schwerkraft sogar. Das war nämlich alles fake was die Amis gemacht haben. Was ist das denn hier für ein Scheiß ey. Ist das eigentlich voll die glitschige Unterfläche oder so? Oh 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 ich bin durch. Ich bin durch. Ja. Only two. Nein. Komm 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 komm. Roll du Fotze. Oh Jay ist auch knapp. Oh man ey. Das liegt auch nur daran, dass ich die Seamus-Visur hab. Ach. Aber das geht. Aber das geht. Das geht Peter. Könnte funktionieren. Das stimmt. Jawohl. Wie hieß denn nochmal der Junge mit dem Propeller auf dem Kopf früher. Die Kindersendung. Ja der bin ich jetzt. Aber ich hab's auch vergessen. Kinder vom Bullerbü oder so. Nein. Ja hier hier hier. Ja hier hier hier. Kleine kleine kleine. Wie hieß denn das? Dingsbums vorm Dach heißt der doch. Holgerson. Nein. Ähm. Fuck. Die kleinen Sträuche hieß das. Irgendwas mit Karl oder? Nein nicht die kleinen Sträuche. Ja safe man. Das waren die kleinen Sträuche. Mit dem. Nein. Es ging nicht um mehr. Es ging um den einen Typen. Der eine Typ der auf dem Dach wohnt. Der so einen Propeller auf dem Kopf hat. Genau. Das ist auch voll der komische Dude gewesen. Ich hab das auch nie groß gesehen tatsächlich. Oh oh. Alter das ist voll schwer mit Bundle zu spielen. Oh man kann hier einfach abkürzen. Das ist ja. Oh verdammt. Wie weit rollt man hier da? Du bist da unten. Ja wahrscheinlich. Bist da unten. Ja. Aber Hauptsache mein. Was ist hier eine fucking Abkürzung? Propeller dreht sich. Nein. Ach da ist ein Loch. Kacke das hab ich nicht gesehen. Oh stimmt. Oh von hier wird's. Jetzt rollen wir erstmal runter. Ach ich roll da. Nein. Oh nein. Ich bin von der Map gefallen. Shit. Ja aber ich wollte direkt rüber. Über den. Den hier. Ach komm jetzt. Wieso bist du jetzt nicht gesprungen? Weil ich zu langsam war. Ja. Albatross. 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 Junge Junge Junge. Peter ist wieder da. Nein. Oh Sam kam mit dahinten. Der alte Römer Junge. Ich komm hier einfach nicht rum ey. Und Jay ist auch drin. Mit einem Birdie. Oder wie Jay sagen würde. Birdie. Oh das ist richtig gut. Nein. Birdie. Nein. Die Dinger haben doch fiese Kanten. Oh du Scheiße das ist echt dumm. Wir machen doch Rampen rein damit. Die haben dumme Kanten. Ja aber vor allen Dingen ist das teilweise random oder. Ob das gut funktioniert oder nicht. Bei mir war es nämlich smooth. Smooth. Ja mal gucken ob ich jetzt hier so drüber komme einfach. Ach komm. Oh. Ach komm ey. Aber ein bisschen zu schnell. Aber finde ich schön dass mein Helm sich immer so dreht ey. Cesar konnte halt noch nicht so gut Winigolf spielen. Ja vor allem nicht im Weltraum ey. Damit das ja voll überfordert. Ich bin nicht mehr letzter. Scheiße. 13. Boah. Gibt es hier überhaupt eine Maximalanzahl an Schlägen die man sich liefern darf. Ihr habt es auf jeden Fall nicht eingestellt und ich glaube es kam. Im Weltall ist es halt egal Peter. Boah jetzt muss der Trick richtig gut schlagen. Ja. Okay ich lass das mal lieber. Ja alles klar. Tschüss. Ich wurde so krass gemusstet. Was ist denn da jetzt passiert bei euch? Ich wurde so grinned dass ich da genau. Ja alles klar. Oh was macht das denn mit Wandel? Leute. Oh Jay hat Glück. Oh. Jay hat wieder Glück gehabt. Wie soll denn das funktionieren? Musst du das Ding nehmen? Ich glaube du musst den Bouncer nehmen. Das ist voll böse. Ohne Scheiß. Oh fuck. Oh fuck. Und tschüss Jay. Was ist das für eine random Strecke waren? Jalu wir schaffen das wirklich gut. Nein ich roll doch Sepp. Ich roll auch noch. Du auch. Hä? So rollen wir wieder runter. Ich will nicht runter. Nein. Ich will nicht einfach hier liegen. Ich nicht. Sepp halt mich. Ich hab dich überholt Jalu. Ich hab dich überholt. Komm schon. Jawohl Igel. Der Peder ist schon drin. Säpp halt mich. Ich roll wieder runter. Schau Jay. Da kannst du gar nichts gegen machen. Ja echt man. Ich steh schon. Guck mal wie langsam ich bin. Guck mal wo ich jetzt hier stehe. Das wird enden wenn wir irgendwann den Booster erreicht haben. Und jetzt so boom Junge. Ja tschau Jay. Und ich hab keine Chance da raus zu kommen. Du musst ja auf die Rache nehmen. Ja frag uns mal Jay. Kann man den Schlag wieder holen? Nein. Wie dumm ist das denn man. Ich war so. Ich war unter Paar und jetzt kommt so ne Scheiße. Really. Ja ok. Aber ich glaub die Bahn wird nie enden. Ja ich fürchte auch ihr bewegt euch ja gar nicht irgendwie. Doch ich bei mir schon. Wir rollen. Ja minimal halt so. Ja aber einmal runter. Moment bin ich disconnected? Nein. Die bewegen sich so wenig dass du das nicht siehst von dir aus. Hm das war daneben. Also ich beweg mich die ganze Zeit. Ich schlag auch die ganze Zeit. Ja ich seh das. Ja guck mal Jay da bist du doch oben. Ja da bist du doch oben. Ja Dado irgendwann bin ich bei den Pfeilen angekommen. Mit 65 Strecken. Ja ok aber das ist bei mir in 5 Minuten. Zumindest ist Sepp auch noch dabei. Sonst hätte ich jetzt letzter ey. So ne Wichsstrecke. Mann ich hätte so gut aufholen können wenn ich liegen geblieben wäre. Also es gibt keine Tasten zum zurücksetzen. Plus elf ey. Du willst mich komplett verarschen. Glaube nicht. Also bei mir bewegt ihr euch quasi gar nicht. Also ich rolle voll viel. Doch doch ich seh Sepp auch nicht. Also ich bin drei Kästchen von den Boostern entfernt. Ich auch gerade. Bei mir bist du aber auch oben liegen anscheinend. Ja ja du bist. Ja. Wie langsam er rollt. Kann ich springen oder so. Ist dann Römer Schrei so. Für Cäsar. Und dann boah. Ja gerade finde ich bei solchen. Ich guck mal in die Controls. Gerade bei solchen Fehlern finde ich es eigentlich immer gut wenn du halt diesen Schlag zurücksetzen Knopf hast. Also alleine um halt. Damit gehst du ja allen Bugs aus dem Weg. Ja genau. Du kannst halt immer dich zurücksetzen. Das wird doch viel klüger. Aber das Spiel ist perfekt. Das hat keiner Bock. Kann schlagen Sepp. Echt? Ja da wo ich jetzt bin kann man liegen bleiben. Welches Feld denn? Oh da. Jetzt ist Daluer wieder da. Das hab ich's gesehen. Da bin ich auch fast. Ja du müsstest kurz nach mir da ankommen. Ja. Ja jetzt bin ich. Verdi. Verdi noch. Nein. Oh gegen die Kande. Oh nein. In der Ecke war aber okay oder? Ich glaube hier lag Peter auch oder? Ja. Okay. Alles gut. Nein. Achja. Nein. Schwiege wie Jay oder? Ich bin richtig schlecht. Ich bin letzter wahrscheinlich jetzt oder so. Ich glaube es wird jetzt nochmal richtig spannend. Ach guck mal 10. Wir haben 49. Ich bin jetzt letzter wegen so einer Scheiße ey. Ja aber nicht alleine. Ja ist trotzdem lächerlich. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn man halt auch immer versucht denselben Schlag nochmal zu machen. Das war einfach lächerlich. Ich war unter Paar. Ich glaube beim zweiten Schlag haben wir gesagt du musst das Ding nehmen. Wir haben alle die gleichen Voraussetzungen Jay. Und versucht dir das andere Ding zu hauen. Stimmt weil du auch das Spiel auswendig kennst. Kacke. Und die andere Möglichkeit gibt es natürlich nicht mehr. Ich häng unter der Map fest. Nein. Ich seh ihm. Guck in meinen Ball. Und schlag einfach. Okay. Ja das hat funktioniert mit einfach schlagen. Was ist das denn für Quatsch gewesen? Ja da war ja der Booster. Okay. Wo ist Peter? Da hinten noch. Oh das war gut. Das war nicht gut. Wie weit rollt man zurück? Hä? Okay jetzt wird meine Stärke nicht angezeigt. Wow. Oh nice. Peter. Wer ist beim Endgame besser? Da ist er. Der ist nicht schlecht Peter. Mein Aronig. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Fuck. Oh nein. Ich bin wieder rausgeflogen. Da. Da. Oh guck mal. Ich komm nicht. Nein. Leute. Achtung mal. Zweimal drin quasi. Fair. Oh. Aber hey man. Auf welchem Planeten sind wir denn hier? Leute da noch ein Schlag. Was ein lächerliches Spiel ey. Weibel. Ne. Oh Leute. Ich dachte wenn er gleich stand. Oh mein Gott. Ey. So fett Unterpaar gewesen. Ich war jetzt sogar auch wieder bei minus eins. Nur wegen dieser einen Wichsenrunde. Wegen dieser einen Wichsen App. Okay. Das ist schon hart. Ja. Das ist echt hart. Ja. Okay. Ne. Aus Protest habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Oh. Da ist einer. Scheißgay. Aber hier haben wir ja erneut ein schönes Minigolfspiel uns angeschaut. Oh. Meiner Meinung nach das schlechteste von denen die ich bisher gespielt habe. Mit Abstand. Ne. Ich finde die Physik nicht gut ehrlich gesagt. Von den. Von den Bällen. Und generell das zu schlagen finde ich auch nicht gut. Ja. Wenn die Maps denn auch funktionieren würden mit dieser Geschwindigkeit. Dann wäre das ja gut. Das war doch Absicht. Wahrscheinlich dass du da raus fliegst. Deswegen musst du den Bouncer nehmen. Als ob das Absicht war. Das ist doch cool. Klar. Du musstest doch den Bouncer nehmen. Ja. Das haben wir auch schon beim zweiten Schlag gesagt. Aber Jay hat dann glaube ich nicht zugehört. Ja. Das magst du ja beim zweiten Schlag gesagt. Aber dann kannst du auch noch 15 mal wiederholen. Das weiß ich auch immer noch. Das hört ja einfach nicht. Aber trotzdem muss das auch über die andere Möglichkeit gehen. Dann ist das doof. Na das sagst du. Das sehe ich aber anders. Jay. Wenn du hier in den Speed kommst. Dann bist du immer im Wasser raus. Das musst du doch auch merken. Genau. Das muss über den Speed gehen. Ich versuche das jetzt 10 mal. Und wenn das nicht klappt. Dann beschwere ich mich darüber. Dann ist das Spielschuld. Ja. Echt mal. Okay. Liebe Leute. Das war Ballistic Minigolf. Kann man bei Steam kaufen. Kostet auch Geld. Ist nicht free to play. Auch wenn es so aussieht. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Haut rein. Ciao.